Hau ihn weg! Er ist ausgestiegen? Ja. Er wurde rausgeschossen. Das ist der Transport-Heli. Naaah. Oh doch, ich hab getroffen. Ja, jetzt tut er. Du, wer hat die Bombe? Wobei man ja dazu sagen muss, wenn man sich überlegt, ich hab jetzt in einer Viertelstunde quasi ein Level gemacht. Ja gut, aber du hast ja auch Premium. Ja, das hat ja immer nichts zu tun. Ja gut, klar, natürlich. Jetzt gibt's den Boost dieses Wochenende, das ist richtig. Aber das ist garantiert auch ein Premium-Spieler, die Leute, die über 100 sind. Und theoretisch, also wenn man an so einem doppelten XP-Wochenende mal richtig zockt, dann kriegt man richtig schnell Punkte zusammen. Ich hab mich mal schnell hier in so eine Viper reingesetzt. Mach du mal. Ich bin noch... Ich bin woanders. Also noch gar nicht da. Achso. Okay, ich muss fliegen, das ist gar nicht so gut, weil ich ja... Ach, das ist Shanghai! Ja. Komm mal zu Shanghai! Joop! Ach, schön. Warum die denn das? Ich glaube, das habe ich seit Beweese nicht gespielt. Diese Map. Und was bedeutet eigentlich Vernichtung? Vernichtung? Ist, äh... Obliteration. Sprich, die Bombe... Genau. Ich habe gerufen, das heißt anders. Das ist eigentlich ganz cool. Was? Das ist wirklich... Wenn man... Wenn man einigermaßen... Ähm... Oh shit. Oh shit. Wenn man einigermaßen ein Team hat, was einigermaßen weiß, worum es geht, dann ist das eigentlich voll... Geht das voll klar. Ich habe dir gerade nicht zugehört, ich musste gerade meine Brüste streicheln. Kein Problem. Ja, das ist einfach so... Das ist halt voran. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich das, ähm... mit beiden Händen so mache, dass die in eine Richtung kreisen, oder dass die halt in unterschiedliche Richtungen kreisen. Und, ähm... Der Symmetrie halber, muss ich sagen, unterschiedliche Richtungen. Weil das Auge ist ja mit. So, endlich kann ich mich auch weiteren Sachen zuwenden, nicht nur den Größten. Sehr gut. Ähm... Ich spiele Sturmsoldat. Ich würde auch wieder, äh... hier... Schieße? Okay, die Bombe ist jetzt bei deren C. Richtig? Ja, richtig. Und... Unser Tank ist... Ah, egal. Nein, 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 nein! Oh! Unser Tank ist unten in C. Wo ist denn deren... Ach, da hinten. Wo ist die? Richtung? Deren Base. Okay, cool. Ich hab nämlich hier die... im Glock... Oh, wie ich sie alle weghaue gerade! Krass! Was ist denn, Leute? Das läuft gerade richtig gut, Mann. Ich verstehe überhaupt nicht, was hier los ist. Oh, die haben schon wieder eine neue? Oh, was war denn das? Oh, was war denn das? Oh, was, was, was? Was war denn das? Was war denn das? Natürlich jetzt bei C. What? Is going on? What is going on? What is going on? I don't even know what language this is. I'm at... Noch nicht. Du bist im Tank, du fährst, du... Ich schieße. Aber allein... Kannst... Nicht allein. Was? Nicht allein. Egal, vergiss es. Ich bin, ich bin über dir quasi. Wir werden ja auseinandergenommen. Oh, oh. Ist der Tank? Nein, der Tank war noch nicht down. Ich habe gedacht, das wäre der Tank, der dann da... Ach, scheiße, Mann. Aber wir haben wenigstens gelegt. Oh, hier steht ein Heli. Ich klaue den Heli. What the fuck? Wieso werde ich denn 5 Meter zurück teleportiert? Ich habe jetzt... Oh, ich habe den Truppenheli geklaut. Sehr gut. Wow, komm schon. Ich habe den Truppenheli geklaut. Das Ruggled, Tierrobber. Hast du vielleicht gerade ein bisschen Lags oder was? Ich weiß nicht. Hast du gesagt, meine Latenz... Nö, die Latenz ist eigentlich gut. Oh, warte mal. Ich kann ja... Wer hat denn die Bombe? Momentan niemand. Kreis ums große Haus einfach. Weil da wird sie gleich... Ja, ja, da wird die Bombe gleich auftauchen. Die wird... Auf der Straße vor dem großen Haus wird die auftauchen. Oh, was? Ich habe gedrückt. Ich bin raus. Ich habe gedrückt, Basti. Ich habe sofort gedrückt, als es das erste Mal BIP gemacht hat. Kann ja nicht sein. Das... Äh... Kommt vor. Das macht doch gar keinen Sinn. Vielleicht lag es da für sich irgendwie daran, dass... Irgendwas hier ein bisschen laggt. Am Arsch, ey. Die Jungs laufen nach oben und springen dann von da aus sicherlich zu A oder so. Achtung, Heli. Fuß her. Der wird oben auf euch warten. Ist tot. Was soll er machen, Alter? Ist überhaupt kein Problem, ey. Irgendeiner muss den Knopf drücken, Jungs. Da ist noch jemand. Irgendwas markiert uns hier. Das ist natürlich uncool. So, die haben die Bombe. Ja. Fliegen mit dem Heli jetzt da hin und legen, weil niemand von uns da ist. Das ist natürlich fett. Ich weiß nur, wo fliegen sie hin. Und wie es aussieht, fliegen sie zu A? Nein. Nee. Doch? Oh Gott. Sie fliegen schnell unterwegs. Zu 10. Alter, sind die schnell unterwegs. Ja, klar. Ja, ich bin hier im Tank irgendwie. Okay, der Bombenträger ist schon mal tot. Das ist gut. Ja, ja. Wir haben wieder die Bombe. Aber die wird auch stehen. Ja, ich bin hier im Tank, der fährt immer nur vor und zurück. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber auf jeden Fall. Ich habe die Bombe. Oh, sehr gut. Bleib stehen. Warte, bleib stehen. Bleib stehen, du Penner. Du sollst mich veräppeln. Oh, das ist eine Flugabwehr. Das ist ein Heli. Nein, 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 da ist ein Fußgänger. Da ist noch ein Fußgänger. So ein Scheiß. Irgendwie ist das gerade boring. Oh, da ist ein Tank. Achtung. Oh, wir sind tot. Oh, explodiert. Oh, was geht ab? Drück was, drück was. Oh. So, ihr seid jetzt bei der Bombe. Wir sind mehr oder weniger bei der Bombe. Da kommt der Attackstopper. Wo ist er? Da. Oh, 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 er kommt tief. Nein. So knapp. Na. Er soll nochmal kommen. Ja, da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Da kommt er. Hau ihn weg. Er ist ausgestiegen. Ja. Da wurde rausgeschossen. Das ist der Transport-Heli. Na. Oh doch, ich hab getroffen. Ja, ist tot. So, wer hat die Bombe? Niemand momentan. Die liegt hier rum. Ach so. Jetzt haben wir die Bombe. Sehr gut. Ich geh mich mal heilen hier. Wir brauchen mal irgendein Fahrzeug, ey. Hier steht dann immer die Weiber rum. Wieso nimmt sich niemand die Weiber? Wieso nimmt sich niemand die Weiber? Warte nicht. Jetzt hat sich die Weiber genommen. Sehr gut. Sehr gut. Achtung, direkt oben auf dem Haus sind welche. Ja. So, und die Bombe ist wo? Oh Gott, ich blicke überhaupt nicht durch. Oh. Nicht anders auf dem Boden. Oh. Was? Was ist dir passiert? Nein. Oh nein. Die Bombe ist fallen gelassen worden. Ja, es ist ja auch niemand da. No, scheiße, weg dich doch. Da kommt der Denk um die Ecke. Hallo. So war's das. So, aber ich... Ach, ho. Ich geh jetzt wieder auf Pionier. Mir ist das hier... ...weilig auch so blöd. Oh, wir haben sie gelegt. Sehr gut. Bist du immer noch auf... Nee, du bist... Nee, ich bin jetzt fast bei C. Da unten ist niemand mehr von uns. Die werden jetzt entschärfen. Ihr müsst alle aussteigen, keine Möglichkeit. Aber das wird wahrscheinlich niemand machen. Doch. Ich hab nicht einen getötet. Ach, Mann. Da im Auto. Ich komm nicht zurecht. Das ist jetzt... Das ist jetzt mal schade, dass unsere Jungs... Das da nicht hinbekommen. Jawohl. Sehr gut. Oh, nee. Das ist mir ein bisschen riskant. Die sollen das mal machen, die Jungs. Die geben Luftunterstützung. Wo sitzt du rechts? Ja. Nee, jetzt rechts, jetzt rechts. Okay, wo genau, wo genau? Da, irgendwo. Oh, Eli oder so. Oh, da ist eine Flugabwehr. Achtung. Wir fressen. Ja, ich kann reparieren. Ich reparier einfach. Wir fressen doch gar nicht. Jetzt. Wo ist das? Da, irgendwo. Oh, ich werde bis Sniper. Wir haben sie wieder fallen gelassen. Wir haben sie wieder fallen gelassen. Hier oben ist ein Fußgänger. Ist die oben auf dem Dach? Ja. Irgend da, meinst du? Ja. Ja, ich habe ihn jetzt endlich. Soll ich reparieren? Oh, nee, raus. Geh raus. Ich kann auch reparieren. 17 Prozent, das ist scheiße. Nee, raus, raus, raus. Bringt nichts, bringt nichts. Hier ist ein Fußgänger, der hier gerade runterkommt. Er ist tot. Ja, ich habe ihn. Bombe, Bombe. Ich werde aber die ganze Zeit noch besnipert. Bombe ist in der Flugabwehr. Hier drin steht. Ja. Die down ist. Aber wenigstens down. Genau, down. Nein. Da steht ein Tank direkt nebenan. Ja. Habe ich genau hier am Arsch. Tot. Ich sterbe. Jetzt ist wieder niemand mehr da. Scheiße. 2 zu 6. Ich bin tot. Warte mal, Leute. Wir haben ja schon eine Base von denen kaputt gemacht. Ja, aber das kann alles noch in die andere Richtung. Nein. Nein. Gar keinen Fall. Was, denkst du, du kommst einfach so ungeschoren auf die Welt und auf einmal fällst du runter. Ei, 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 ei. Oh, hier sind doch feindliche Soldaten. Kein Hit. Ne. Da musst du dich besser anstrengen. Mehr anstrengen. Dann die Bombe. Ja. Ne, komm schon. Sehr gut. Ich bin jetzt oben. Ich bin auch hier oben. Bei C? Nee, bei A. Muss irgendwo ein Sniper sein. Komm, das ist der, den ich so in den Namen habe. Ach, Mann. Mann. Die Viper ist, ist down oder so. Verdammt. Mann. Oh. Komm, ist das Ding hier zu? Hat jemand von drinnen zugemacht. Da. Ja, wenn man immer noch in die falsche Richtung guckt, wenn der Aufzug aufgeht, dann kann man natürlich auch nur noch sterben, Jungs. Haha. Ja. Mann. Oh, ich kriege ihn nicht down, war? Ach, Mann. Ja, das war der Sniper, den ich gesucht habe. Gerade. Bist du oben bei mir eingestiegen? Mhm. Mhm. Naja, jetzt können wir bei unseren Jungs einsteigen. Ja. Noah, das sieht natürlich viel, viel besser aus. Weißt du was? Ich spring da jetzt einfach runter. Ne, hol dir die Bombe. Nutze. Ja. Hat nicht ganz geklappt, hast du? Das sind fünf Leute. Das ist ein ganzes Squad. Und wahrscheinlich nicht mehr. Hörst du jetzt? Der wurde von unten abgeschossen. So eine Scheiße. Joah. Oha. Wo ist die Bombe? Da ist die Bombe. Ich bin im Aufzug. Und ich fahre nach unten. Hit. Welche Seite denn? Hier hinten, oder? Andere Seite. Oh Gott. Wo sind wir denn? Verdura. Das ist die Bombe. Ja. Wir sind auch Fußgeger. Gegnerische. Alter, diese Drecksniper. Von hinten. Aber du bist auch tot, ne? Der liegt da direkt am Gebäude C. Guck dir das an. Das ist eklig. Warte mal. Da denken wir uns doch jetzt mal was aus. Wo bin ich? Fuck. Wo bin ich? Nein. Wo bin ich denn hier? Ach, Mann. Kann das ja nichts werden. Liegt der bei deren Gebäude C, oder was? Ne, also, ne, bei, ich meine, das große Gebäude. Ah, okay. Was in Conquest C ist. Hier. Machen wir es einfach kaputt, oder so? Was machen wir einfach kaputt? Das Gebäude? Das Gebäude, ja. Ja, der wird vorher runterspringen können. Der liegt hier an der Kante. Oh, ich glaube, ich... Bist du überhaupt hier in der Nähe? Ja, ja, ich bin direkt am Hausdänge. Der liegt hier oben. Da ist er. Ja, das ist genau die Type, der... Ich fahre einfach mit dem Aufzug hoch. Was ist denn der? Der wurde schon getötet. Meinst du? Ist aber noch einer jetzt. Von uns ist so ein Spawn-Bag oben. Ist die da wirklich gerade durchgepumpst? Achso. Stopp. Los, komm, lass uns wieder auf die Bombe konzentrieren. Da kommt ein Tank mit der Bombe. Okay. Ja, reingelassen. Ja. Wir haben es aber heute auch mit der Röstberei, wa? Ja. Uh, da sind... Ich komme! Liegt hier oben drauf? Man weiß es nicht. Ja. Sie ist oben drauf. Sauber. Ich bin tot. Oh, nein, nein, nein. Geh und lang. Hab ich die Bombe überhaupt? Ja. Bombe im Besitz, sprich, das Game zu mir. Sprint einfach. Ich komme sofort bei dir. Unten links, unten links. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Nein. Jetzt bist du tot. Ja, ja. Aber da steht auch die Flugabwehr. Die sind auch tot. Die sind alle tot. Ja, die Flugabwehr hat direkt unten reingerotzt. Wow, 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 wow. Oh, die Bombe kommt zurück. Die Bombe kommt zurück. Direkt zu A. Ah. Oh, was ist hier passiert auf einmal? Sehr verrückt alles. Oh, jetzt hier noch snipern oder was? Scheiß Flugabwehr, ey. Bombe wurde fallen gelassen, aber da unten sind welche. Okay. Ich hab die Bombe, verdammt. Ich hab noch 70%. Und ich zieh jetzt mal direkt. Flugabwehr, Vorsicht. Bei A direkt ist die Flugabwehr. Ich bin ein Häschen. Ich bin ein... Oh, oh. Ich bin ein Häschen. Niemand erwischt mich. Oh, tatsächlich hab ich überlebt bisher. Da ist jemand. Da liegt jemand. Direkt in dem Unter... In dem Einkaufs... Oh, fuck. Jetzt sind die auf der Zwischenebene. Vorsicht, die sind auf der Zwischenebene. Ich will nur legen. Ich will nur legen. Alles andere ist wieder. Das schaffst du, das schaffst du. Nein, direkt. Direkt in der Bombe. Leg, 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 leg. Ich weiß nicht wie. Er ist tot. Hier, hier, leg, jetzt da vor dem Laptop, genau. Sauber. Und jetzt verteidigen, jetzt verteidigen. Sauber, sehr schön. Ich lass die Rollläden runter. Oh, ich lass die Rollläden runter. Da kommen einige. Die Rollläden runter. Du machst sie hoch, du machst sie hoch. Ich dachte, es sind die Rollläden nach vorne. Achtung, beim Auto. Sauber. Du kannst so hinten runter machen. Vorne gibt's keine. So, dann springe ich mal vor der ziehe. Schön. Na, na, na. Na, 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 na. Oh, guck mal, wer da ist. Guck mal da. Hürden. Auf dem Dach. Oh. Guck mal, wer da ist. No. Wer schießt denn da? Warum? Ich hab, ja, ich hab die runtergeholt mit der Granate, sind sie zu dritt runtergesprungen. Die Noobs. Oh, wollen wir doch nochmal springen, wa? Oh, nee, hier. Basti, holst du dir die Bombe? Ich glaube nicht, weil da komme ich nicht hin. Das ist natürlich ärgerlich, weil ich hab den Regen jetzt. Da stehen Leute von uns, aber die interessieren... Ja, ist jetzt eh vorbei. Zeit ist abgelaufen. Haben wir einfach mal fett gewonnen. Schön. Schön. Das war so schön. Justin, bin ich nicht schon mal Level 66 geworden gerade? Nein, nein. Level 9. Mit ziemlich Sicherheit... Wirst du wissen, wie viele... Wie viele Punkte ich gemacht hab? Ja, bitte. Warte. 222.000. What the fuck? Du hast 13 zu 14 Kills. Ja, Mann. Und hab in der reinen Runde nur 5.900 Punkte gemacht. Aber ich hab halt irgendwie vier Service-Stars gemacht, die jeweils 10.000 wert sind. Darauf kriegst du halt immer nochmal das Doppelte. Unfassbar. Unfassbar. Das war meinst. Das war meinst. Oh. Jawohl. Noch weiter. Ich hab halt irgendwie... Teil. Höher. Aber. gonnauch. �� Internet vom Forward Doppelte Làm. Eupa.